Der Grund Ihres Aufenthalts, Mr. Johnson. Ich bin geschäftlich hier. Welche Art von Geschäft? Umweltschutz, um genau zu sein. Mein Boss sagt, Sie wären der Richtige für den Job. Da hat dein Boss was falsch verstanden. Das Wort Nein kennt er nicht. Dann kauf ihm ein neues Wörterbuch. Sie haben drei Sekunden, um Ihre Meinung zu ändern. Eins, zwei. Unter einer Bedingung. Ich bin ganz ohr. Ich fahre mein eigenes Auto. Das muss ich über das Schmuckstück wissen. Entfernst du dich zehn Meter vom Auto, geht das gelbe Licht an. Bei 15 Metern füllt sich die Kammer mit der zweiten Flüssigkeit. Und bei 25 Metern, bam. Sein geliebtes Auto wird sein Grab sein. Ich ablange nichts mehr von dir gehört. Ich war beschäftigt. Was hat der durchgeknallte vor? Fong, wo steckst du? Im See. Geht's vielleicht etwas genauer, mein Freund? Ich bin schwer enttäuscht von dir. Du bist gefeuert. Das ist sehr unfreundlich. Unfreundlich wäre es gewesen, dich zu töten. Du glaubst gar nicht, was man im Internet alles findet. Willst du vielleicht die Invasionspläne für den Iran sehen? Vielleicht ein andermal. Du bist einужری形. Vielleichtividade работу. Du fühlst nicht mehr. Du bist die Invasionspläne.